Ich habe mir auch aufgeschrieben, Vronik-Kirchfest. Und sind Sie der Nachbarger von Herrn Ardes? Ich bin für ein Jahr jetzt übergangsweise der Bürgermeister und nehme die Amtsgeschäfte wahr. Ich finde es sehr beeindruckend, dass 120 Personen aus der Partnerstadt hier nach Iserlohn kommen, auf unsere Weihnachtsmärkte. Das ist hier eine schöne Tradition und dass sich so viele Gäste aus Almelo dafür interessieren. Freut uns. Gesundheit und Freude, das wünschen wir heute. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein glücklich Neujahr. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. a Happy New Year. You Untertitelung des ZDF für funk, 2017